Wir... Jagd auf Horthy! Ja, wir nehmen natürlich die Wampas. Ist doch klar. Nicht Wankas. Wampas. Wampas. Hier, das Ding, was man kriegt, wenn man zu viel... Gedöns isst. Wampen. Wampas. Höh. Nein, das ist wirklich daran angelegt. Echt? Ja gut, guck mal. Zumindest laut Wikipedia. Nein, ich muss mir mal eben was zu trinken einschenken. In der Zeit stehe ich hier nur. Und kann vielleicht ein bisschen tanzen. Hey! Diese CC-Moves sind echt cool. Welche CC-Moves? Oh, geht. Stell dich mal in eine Ecke und drück oft hintereinander. C. Ja, witz. Ein Riesen-Yeti. Riesen-Yeti. Und ich hab Hunger auf Menschenfleisch. Ich hab die Leute erwischt. Komm, ich bring dich um, ich bring dich um. Ich kann nicht über Kisten springen, aber Leute umbringen. Ich hab gerade meinen eigenen erwischt. Hey, da seh ich dich gerade. Peng. Eins muss man ja mal sagen. Die haben hier irgendwie keine Chance. Haben sie auch nicht. Siehst du das gerade? 21 zu 0? Ich hab's auch noch nie bemerkt, dass irgendjemand... Äh... Also, dass irgendwann mal... ...ne Jagd von den Rebellen gewonnen wurde hier auf... ...Hothoot? Ich hab mal eine gewonnen. Echt? Aber das war wirklich nur gegen Watts. Oh, ich bin gleich tot. Ich hab noch den Hauch von Lebenspunkten. Oh, ich bin direkt von den Lebenspunkten umgebracht worden. Das ist ja so richtig bitter. Ich renne gerade. Ich glaube, das war gerade der einzige Punkt, den sie bisher gemacht haben. Nö, die haben schon 12. Oh. Wir haben gerade eben... Also, das letzte Mal geguckt, da stand es ja 21 zu 0. Wir brauchen schon Munitionsbots. Hast das Ding jetzt kaputt gehauen. Ja. Boah, scheiße. Hahaha. Ich bin den Schacht runtergefallen. Du bist hier am Tanzen. So Slash-D müsste man wirklich mal einführen. Was müsste man mal einführen? Slash-D. Slash-D. Ach so. Hohoho. Ach so. Jaaaaaaah! Hast du gerade... ...sich entledigt von irgendwas? Nee, ich habe meine Freude kundgetan, dass ich dich um doppelt so viel geschlagen habe. So brav im Tode, habe ich dich um das N-Fache geschlagen. Weil N mal Null auch nicht Null ist. Genau, deswegen sag ich ja das N-Fache. Ich klicke jetzt auf Fertig. Und zwar auch auf Fertig. Who will es neue Fertig? No?